Hey Homagraph-Freunde, ich habe vorhin auf Let's Server jemanden geprankt. So, jetzt machen wir was anderes, also wir haben Mowercraft dann richtig viel auf mich drauf gezogen, weil ich also ein Hack drauf hatte, eben wo ich neuer war, hatte ich ein Hack drauf. Und damit kann ich ja die Farben ändern, weil so, wie ich ein paar Grafsechnen aus dem mache, dann blockiert das ja. Das habe ich. Ich wollte euch das so zeigen und mich fragen, ob das bei euch genauso ist. Auf den SG-Shields von Let's Server Rechamps. Man muss halt ein bisschen warten, ne? Das tue ich auch, aber wenn ich auf so ein SG-Shield drücke und drauf joine, ne? Ich schütze mein Minecraft immer ab. Das schaue ich euch gleich, wenn die paar Sekunden da alles abgelaufen sind. Das schaue ich gleich auf. Kate on Minecraft Edition hat sich aufgehangen. Es kommt nur an. Und auch egal mit was ich spüre. Auch wenn ich mit diesem Kühlbox hier bei mir. Ich spüre es einfach ab. Es stürzt einfach nur ab. Ich weiß nicht, was das für ne Scheiße ist. Ob das jetzt an meinem Reinkopf fliegt. Oder was weiß ich. Wenn ihr es wisst, dann sagt es mir bitte. Ich habe schon den Gameordner gelöscht. Und alles. Ich habe die ganzen Welten von mir, ähm, die ganzen kleinen Reine runtergemissen. Microsoft installiert, deinstalliert. Es ist einfach immer so. Egal. Ähm. Ob ich jetzt die Installierung installiere. Ich habe sogar was geupdatellt. Auf. Ich hatte. Ich hatte ja erst die. Äh. 1. 6. Oder so. Oder 1. 8. Habe ich. Also. 0.8 meinte ich. Und jetzt bin ich auf 0.9. Ja. Ja. Nein. Okay. Hängt sich auf. Sie. Sie. Das meinte ich. Es hängt sich nur auf. Es hängt immer nur auf. So. Blocklauncher. Auch wenn ich mit dem Blocklauncher in diesen sicheren Modus gehe. Es stürzt nur ab. Hier. Dass wer es aussieht. Ach. Was ist der Mord schon? Ich melde mich auch nicht an oder so. Da. Join. Ich stehe jetzt einfach mal nichts denn drauf. Das hängt sich eh gleich wieder auf. Es macht so keinen Spaß mehr. Die anderen kommen alle rein. Und nur bei mir hängt sich die Scheiße immer auf. Da ist der Beweis. Es hängt sich nur auf. Ich habe eine Frage an euch. Ist es auch so wenn ihr auf diesen Schildern klickt. Bei diesen Letzor. Bei komischem WhatsApp. Bei Bad was geht es. Bei Skywars geht es. Und bei allen anderen Spielmodis. Und bei allen anderen Spielmodis. Außer bei SG. Dafür finde ich es nicht. Bei euch. Na ja. Ich habe jetzt eine Frage an euch. Funktioniert das bei euch. Ja oder nein. Das. Schreibt das bitte in die Kommentare. Weil. Wenn ihr ja schreibt. Dann. Ist das. Ähm. Normal. Und wenn ihr nein schreibt. Dann ist es nicht unnormal. Dann ist es an meinem Handy. Oder an meinem Handy. Also. Wenn es bitte bei euch ist. Dann schreibt. Ja. Wenn es nicht bei euch ist. Dann schreibt. Nein. Aber. Wirklich. Bitte sagt die Wahrheit. Und. Ich würde mich über Leute freuen. Ja okay. Es ist jetzt einfach so. Einfach nur eine Frage an euch. Aber. Ist das bei euch auch so. Ja okay. Ich verabschiede mich jetzt. Oder Justin. So.